Hallo Leute, heute eine kleine Map-Verstellung mit dem Lars. Hallo. Hier ist die Ahrensfehlermap, da kann man noch gut Feuerwehrdarmann platzieren. Und da kann man noch Feuerwehr, also Feuerwehr, in ein paar Geraden als Feuerwehr benutzen. Google heißt das ja. Ich fahr da mal zur Feuerwehr. Um... Warum soll ich dir die Feuerwehr nicht mehr? Ich hab's nicht falsch gefunden. Hab's sie gefunden? Nein. Hier kann man eine kleine Pfeile reinmachen. Kleine? Ja. Und hier eine große Pfeile. Hier ist genügend Platz für Erfahrtung. Ist aber es nur ein Siegleier. Welchen? Den da vorne nimmt. Den hier. Nicht den. Den? Ja. Den hier. Ist es für Sie? Ja. Kannst du mir den mal geben? Guck doch alles in der Kugel, weil da drin ist. Kannst du mir den mal geben? Kannst du mir den mal geben? Kannst du mir den mal geben? Nein. Das war's mit dem mal. Ja. Und so wird er das eigentlich jetzt erstmal. Ciao. Und dann? Was sagt der? Tschüss.